Applaus Wir hören eine Rede, wo ist sie, mit ihren Freunden und ihrer tollen Mission hier in den Kiez zu locken. Wo ist die Ute? Da ist sie! Ja, ich muss meins jetzt vom Blatt ablesen, ich kann das nicht zeigen. Ein Bankier ist ein Mensch, der seinen Schirm reicht, wenn die Sonne scheint und ihn sofort zurückfordert, wenn es regnet. So charakterisierte Mark Twain diese Berufsgruppe. Nun haben wir in den vergangenen Jahren hinlänglich gelernt, dass auch Bankenschirme brauchen, Rettungsschirme nämlich. Sie gelten ab einer gewissen Größe als systemrelevant. Relevant heißt bedeutsam. Eigentlich gemeint ist aber unersetzbar für unser Gesellschaftssystem den Kapitalismus. Wir Menschen sind ersetzbar, das ist sehr praktisch eingerichtet von der Natur. Wir können sogar in verschiedenen Systemen leben. Heute fast 100-Jährige hierzulande haben über das Kaiserreich, die Weimarer Republik, den Nazifaschismus, die DDR und jetzt die BRD gleich fünf Systeme ertragen müssen. Wir dürfen die zahllosen Kulturen nicht vergessen, die von Historikern, Archäologen und Ethnologen dokumentiert sind. Systeme zum Zusammenleben von Menschen, die teilweise jahrtausendelang gut funktioniert haben. Reste finden sich noch heute. Mutter Natur, deren Kinder wir sind, setzt immer auf Gleichgewicht. Da ist nichts systemrelevant. Selbst den Raubbau, den wir Menschen auf diesem Planeten in den letzten Jahrhunderten immer weiter auf die Spitze getrieben haben, wird sie verkraften. Vielleicht wird unsere Art das nicht mehr erleben, dann waren wir eben nur zu einer Stiftvisite auf diesem Planeten. Viele Menschen haben den Verdacht oder Glauben zu wissen, mit unserem System stimme etwas nicht. Einiges werden wir heute noch hören hier. Jeder kennt Beispiele. Es sollte uns doch dienen und nicht sich selbst. Es sollte dem Zweck dienen, dass die kurze Zeit, die ein Menschlein auf Erden verbringt, wenigstens unter Bedingungen stattfindet, wie sie in den allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte oder unserem Grundgesetz festgelegt sind. Ute Donners Aktion setzt aus meiner Sicht, wir kennen uns noch nicht, genau dort an. Eben Menschen unterstützen und nicht Teile eines Systems retten, die sich nicht bewährt haben. Die Banken zum Beispiel, gerade die Systemrelevanten, sind darin vor der Geschichte unter noch 29, nach dem Urteil des Finanzstabilitätrates, einer von den 20 größten Industriestaaten 2009 aus Angst gegründeten Institutionen. Ohne Moral, mit festem Renditeziel vor Augen und spezialisiert auf die Suche nach Gesetzeslücken, treiben sie durch die Geschichte, dienen jedem, der zahlt. Buhlen mit teurer Werbung um unser Vertrauen, missbrauchen es, sobald es ihnen nützlich erscheint. Fast täglich liegt es eine dieser Banken in den Schlagzeilen, wegen krimineller Machenschaften oder weil sie in finanziellen Schwierigkeiten ist. Den Kriminellen geht es meist etwas besser. So wurde die größte europäische und als kerngesund geltende Bank, die 1865 in Hongkong von einem Schotten gegründete Hongkong and Shanghai Banking Cooperation, wohlgemerkt die größte europäische ist das, Kapital hat kein Vaterland, im Juli vom US-Senat für ihre versaute, wörtlich, Unternehmenskultur gelobt. Sie habe es ermöglicht, Geld fragwürdiges für Terroristen, Drogendealer und Geldwäscher geöffnet. In Deutschland gibt es noch zwei dieser Monstren. Die Deutsche, eher kriminell und die Commerzbank, eher pleite. Überträgt man das mit einem einfachen Bild auf die Natur. Es gäbe weltweit noch 29 Großbäume, die Kohlenstoff zu Sauerstoff umwandeln. Mit jedem, der umfiehle, würde der Sauerstoffgehalt drastisch sinken, der CO2-Gehalt steigen. Schlimmer noch, sie würden sich fallend gegenseitig niederreißen. Nun könnte man das Umfallen versuchen zu verhindern, Stützkonstruktionen bauen, aus dem wenigen Gestrüpp, was neben den Riesenbäumen noch zu finden ist. Oder aus Steinen vielleicht. Nur, vor allem aber sie weiter wachsen lassen, diesen Monstren alle Freiheit lassen. Nur, dort oben im All, in das sie wachsen, finden sie kein Kohlendioxid mehr, das Wasser in ihren Adern würde gefrieren, sie würden sterben, trotz aller Rettungsmaßnahmen. Das ist natürlich Quatsch. Die Baumgrenze liegt je nach Weltgegend bei höchstens 4000 Meter. Und dann ist Schluss. So ein Quatsch kommt in Natur nicht vor. Es gibt recht viele Bäume, wenn sie alt sind, sterben sie, sorgen aber bei Zeit für Nachwuchs. So ist der Gang der Welt. Die Aktion Menschenrettungsstürme statt Bankenrettungsschirme richtet sich nicht einfach gegen etwas, gegen die Banken etwa. Sie ergreift Partei für Menschen. Auch den Bankern geht es nicht gut. Im Mai dieses Jahres wurde eine Untersuchung veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass fast 10% aller Mitarbeiter der drei größten deutschen Finanzkonzerne, Allianzversicherung, Deutsche und Commerzbank, an einem Burnout-Syndrom leiden. Auch Banker brauchen Menschenrettungsschirme. Noch einmal das Bild von den Bäumen. Lassen wir die großen Bäume in Ruhe sterben, dann entsteht Platz für Neues. Überall in den Ecken und Nischen sitzen kleine junge Pflanzen, die auf mehr Licht und Wasser warten, um sich entfalten zu können. Dann mag ein Wald entstehen, in dem jedes Bäumchen seinen Platz findet. Leben wie ein Baum, einzeln und frei und geschwisterlich wie ein Wald. Das ist unsere Sehnsucht, so sagte es der türkische Lyriker Nazem Hikmet. Wir bedanken uns bei Ute Donner, dass sie uns mit ihrem schönen Projekt im Soldina Kiez besucht und freuen uns darauf, dass sie jetzt was dazu erzählt. Hallo Ute. Applaus Ich möchte jetzt erst mal erklären, warum wir damit angefangen haben. Das heißt, ich habe das ja gar nicht alleine angefangen. Saskia Koch, die heute auch hergekommen ist, die hat, ich glaube, das war der 4. April, ne? War es der 4., am 4. April hat Saskia dort am Neptunbrunnen diese Aktion angemeldet und wir haben dann da zusammen angefangen. Und sie hat jetzt gerade die Videokamera, aber ich würde sie doch mal bitten, nach vorne zu kommen. Und genauso Dietlind, die nämlich seit 12. Mai dabei ist und Sonja. Ja, das ist nämlich das Team. Das ist nämlich das Team. Also ich mache das nicht alleine, weil alleine kann ich das gar nicht schaffen. So, das sind wir. Das ist Umbrella Peace Art. Saskia, Dietlind, Sonja. Ja, und wir haben halt, Saskia war bis 12. Mai dabei. Und dann waren die Lebensumstände irgendwie so, dass sie die nicht mehr konnten. Und sie kommt aber wieder. Und dann ist das 12. Mai, ist Dietlind dabei bis jetzt. Und wir sind jetzt ein super eingespieltes Team. Und ja, wir haben damit begonnen. Ich habe jetzt Sonja vergessen. Sonja ist heute den letzten Tag leider dabei, weil sie dann keine Zeit mehr hat. Ja, und Saskia springt wieder ein, habe ich gerade gehört. Ja, Sonja. Also wir haben angefangen aus dem Grund, weil iranische Flüchtlinge in Würzburg in Hungerstreik getreten sind, wegen schlechter Lebensbedingungen, weil sie da, ja wie im Knast eigentlich, dort gelebt haben. Arbeiten dürfen sie auch nicht. Und einer von denen ist auch gestorben, ne? Einer ist gestorben, ja. Und den nächsten Tag kam noch dazu, hat sich ein griechischer alter Mann, glaube ich 77 Jahre alt, in den Kopf geschossen, weil er nicht vieles Geld hatte. Und ja, das war der Anlass, wir haben gesagt, also immer mehr Menschen bringen sich um, einfach weil sie kein Geld haben zum Leben. Und es geht ja nicht um das Geld, es geht ja um die Menschen. Und jetzt reicht, jetzt machen wir mal Rettungsschirme für Menschen, weil für Banken gibt es ja Rettungsschirme und für den Euro. Und es geht um die Menschen. Und es geht immer mehr den Bach runter. Wollte eigentlich gar nicht so viel reden. Okay. Es geht immer mehr den Bach runter. Und es ist ein Problem, was ja die ganze Welt betrifft, alle Länder. Bei uns findet den Elenden noch auf einem hohen Niveau statt. Aber Fakt ist, dass es immer schlimmer wird. Es geht einfach nicht um die Menschen. Und ja, wir waren zum Beispiel jetzt, weil wir in Berlin leben und uns das hier unmittelbar betrifft, waren wir zum Beispiel bei den Rentnern zu Besuch hier in Pankow, die ja da, ihre, in der stille Straße ist gar nicht still. Ja. Und haben denen da einen Menschenrettungsschirm gebracht, weil die ja auch einen brauchen. Äh, genauso die Menschen, die hier leben, brauchen dringend Menschenrettungsschirme. Und deswegen habe ich gesagt, die Kinder können jetzt, die fragen mich immer, können wir den Schirmen dann jetzt mitnehmen? Ich sage, ja, ihr dürft. Also, ja, die brauchen einen. Auf jeden Fall. Ja, und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir hier eingeladen wurden, weil am Neptun-Wunder, am Roten Rathaus, da kommen bloß immer Touristen vorbei. Und ich sage mal, wenn die so reisen können, dann geht es denen wahrscheinlich verhältnismäßig gut. Und es ist halt schön, dass wir mal in so ein Kiez gehen können. Und es wäre eigentlich, ja nicht eigentlich, es wäre schön, wenn wir das in Zukunft so weitermachen können. Ich finde, das ist eine richtig schöne, eine richtig schöne Idee. Ja, danke. Ja, also die Menschenrettungsschirme scheinen um die Welt zu gehen. Oder wenigstens durch Berlin. Wir haben das damals, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen angefangen. Ein Hauptgrund war gewesen, dass iranische Flüchtlinge in Würzburg in Hungerstreik getreten sind. Aufgrund dieser Maßnahmen, wie sie halt eben dort leben müssen, aufgrund dessen, dass sich einer deswegen umgebracht hat, weil er nicht zu seiner Schwester in den nächsten Stadtbezirk fahren durfte. Die Menschen haben sich auf den Platz gesetzt, haben diesen Platz besetzt, sind in den Hungerstreik getreten. Am Anfang war niemand da, der ihnen geholfen hat, überhaupt die Sache zu dolmetschen. Das hat niemand interessiert. Da sitzen Menschen, die sprechen eh nicht unsere Sprache, verstehen mich nicht, ich gehe weiter. Da haben sich Freunde aus Würzburg für uns, also dort engagiert. Und sie hat eben gefragt, was dort los ist. Sie haben einen Dolmetscher organisiert, alles Mögliche. Dadurch ist die Aktion in Berlin geboren, die aber eigentlich auch noch einen anderen Grund halt eben hatte. Ute Donner ist halt eben Künstlerin, schon längere Zeit. Ute Donner hat uns schon im letzten Jahr, wir haben den Alexanderplatz besetzt gehabt, mit ihrer Aktion unterstützt gehabt, als Zelte, als Protestmittel verboten worden sind, hat sie angefangen Schirme zu bemalen, hat sie angefangen Strandmuscheln zu bemalen, ist damit auf Demonstrationen gewesen und wurde unter anderem selber, hat eine Strafanzeige bekommen, aufgrund dessen, dass sie einen Regenschirm aufgespannt hat, nachdem eine Demonstration zu Ende war, auf der stand Solidarität mit Griechenland. Der Schirm ist hier, da hinten, ganz genau, der blau-weiße. Und es einfach für mich auch unbegreiflich gewesen ist, wie man es versucht, diesen Protest überall klein zu halten, das ist einfach unglaublich. Deswegen sind wir rausgegangen auf die Straße, da sind ganz viele Gründe dazu gekommen, Dimitris Christoulos, der Grieche, der sich vor dem Parlament in Griechenland erschossen hat, in seinem Abschiedsbrief statt drin, bevor er anfängt, im Müll nach Lebensmitteln zu suchen, findet er keinen Weg für ein besseres Ende. Und es wurde auch wieder nicht drüber gesprochen. Und deswegen machen wir das. Menschen Rettungsschirme statt Banken Rettungsschirme, es reicht. Ich wollte noch mal was sagen zu dem Motiv, zu den hungerstreikenden iranischen Flüchtlingen. Und zwar hat mich das sehr bewegt. Und es gibt jetzt wieder die Aktion, es gibt ja die Aktion am Heinrichplatz. Ich war da zu der Vorbereitung des Hunger, also des Marsches, der von Würzburg nach Berlin geht, aufgrund des Protestes, also dass die Asylsuchenden hier in der Bundesrepublik eben Residenzpflicht haben, dass sie eben kämpfen, um überhaupt Asyl beantragen zu können. Es wird jetzt immer nur noch eine Duldung ausgesprochen. Wir haben eigentlich in unserem Grundgesetz ein Asylrecht verankert. Und das wird mit Füßen getreten von den Politikern. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit für die Asylsuchenden, hier ihre Menschenrechte zu bekommen. Und die meisten werden dann, wenn sie eben kritisch sind, abgeschoben. Man hat das ja gesehen, also Menschen, die praktisch ihre Stadt hier nicht verlassen können, um die nächsten Verwandten zu besuchen, haben sich umgebracht. Deswegen, es gibt eben kaum irgendwelche Anteilnahmen, sage ich mal so, die ganz offiziell sind. Und wenn jemand, der dann protestiert, der wird dann sofort abgeschoben. Das sind so die Sachen, die so rübergekommen sind. Und aus dem Problem, dass man der Residenzpflicht unterliegt, dass man kein Asyl bekommt hier in dem Staat und dass man nicht arbeiten kann, dass man eben in menschenunwürdigen Verhältnissen lebt, Schimmel im ganzen Haus hat. Und dass eben solche Verhältnisse ganz gravierend sind, treibt diese Menschen auf die Straße. Und ich finde es bewunderswert, dass solche Leute, die eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand stehen und die eigentlich überhaupt keine Chance mehr haben, die vielleicht abgeschoben werden und da wissen, dass es die Fahrkarte in den Tod, die trotzdem sich dagegen wehren, was hier in diesem Land passiert und Anteil nehmen auch an unseren Aktionen in Bezug auf Occupy, die ganz massiv auf die Straße wollen. Und ich finde, es wäre eine sehr schöne Geste, wenn man jetzt diesen Protestmarsch, der jetzt am 8. September startet und wahrscheinlich so um 14 Tage hier in Berlin sein wird, würdig begrüßt und eben mit diesen Leuten zusammen auf die Straße geht. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.